Capito ist ein Social Franchise Netzwerk mit eigenständigen Partnerinnen und Partnern in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Capito ist Italienisch und heißt Ich habe verstanden. Wir sind Capito Stuttgart und machen in dem Capito Netzwerk auch mit. Wir möchten, dass alle Menschen so informiert werden, dass sie die Informationen gut verstehen. Aber noch ist das nicht so. Wichtige Informationen sind oft schwer verständlich. Viele Menschen können schwierige Texte nicht verstehen. Sie können deswegen in unserer Gesellschaft nicht gleichberechtigt leben. Deshalb übersetzen wir bei Capito schwierige Texte in leicht verständliche Texte. Weil uns eine gute Qualität wichtig ist, arbeiten wir nach dem Capito Qualitätsstandard. Qualität bedeutet, ein guter Text ist so gemacht, dass ihn die Zielgruppe gut verstehen und nutzen kann. Die Zielgruppe sind die Menschen, für die der Text gemacht wurde. Zum Beispiel Menschen mit Lernschwierigkeiten. Oder Menschen, die nicht gut Deutsch können. Wir lassen unsere übersetzten Texte auf Verständlichkeit prüfen. Die Personen, die diese Texte prüfen, sind Menschen aus der Zielgruppe. Die Texte bekommen ein Gütesiegel für leicht lesen, wenn sie gut verstanden worden sind. Wir bieten Lehrgänge für leicht lesen an. In unserem Lehrgang erlernen sie die Grundlagen des Übersetzens in leicht verständliche Sprache. Wenn sie möchten, können sie mit Abschluss des Lehrgangs Qualitätspartner von Capito werden. Unsere Qualitätspartner können ihre eigenen Informationsprodukte in leicht lesen gestalten und das Gütesiegel verwenden. Außerdem prüfen wir Gebäude auf Barrierefreiheit. Denn wenn zum Beispiel der Eingang Stufen hat, kommt eine Person im Rollstuhl nicht alleine in das Gebäude. Das ist eine Barriere. Wir unterstützen dabei, dass es keine Barrieren mehr gibt. Wir beraten Firmen und Organisationen, die sich auf den Weg zur Barrierefreiheit machen. Wenn Sie mehr über Capito Stuttgart erfahren möchten, besuchen Sie uns einfach im Internet. Nachmittag Damit ist eines der Hauptsorgen. Wir machen ein paar Abenteuerliche Abenteuerung. Und wenn Sie aus dem Hauptsorgen sind, dann sehen Sie uns auf der Hauptsorgen! Bis zum Beispiel, dass es eine neue Abenteuerung gibt. Abenteuerung des Eisらfers, die gerne leuchten können, Felurkode. Bis zum Beispiel, wenn Sie mehr über die Abenteuerung ausfragen. Untertitelung des ZDF, 2020